Hallo, ich bin es, der Matthias. Heute möchte ich wieder mal ein Video machen, und zwar von der größeren Vogelspinne, die bei mir wohnt. Das ist die Rachel, eine Theraposa's Thirmy. Und da ist sie auch schon, ihre ganze Schönheit. Mal schauen, ob sie Hunger hat, denn die Häuschrecke geht schon in Richtung von meiner Rachel. Denn, ich glaube, dass sie, aha, sie hat schon Interesse, sieht schon beeindruckend aus, und zwar eine Spinne, mit ihren langen Beinen da, sich so fortastet. Häuschrecke hat sie eine Größe von, Körpergröße von 12 cm, eine Beinenspannweite von knapp 30 cm. Es ist kurz vor dem Angriff, steht meine Rachel. Wenn die Häuschrecke jetzt noch eine Bewegung macht, dann weiß das es für die Häuschrecke, und genau das ist das. Schon beeindruckend, auch von der Seite. Sie würde nicht mal auf meine Hand passen, so groß ist sie. Und wie sie ihre Rachelisieren in die Beute bohrt. Mega cool. Schaut mal, die Rachelisieren sind mindestens zwei Zentimeter lang. Wenn sie einem beißen wurde, war das bestimmt wirklich schmerzhaft. Aber sie strahlt eine gewisse Ruhe aus. Gelassenheit. Und gar keine Hektik. Wie am anderen anderen Spinnen. Okay, ich lasse das Video jetzt weiterlaufen. Ich möchte mich gleich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns bitte einen Like da. Ansonsten, see you later, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020